Okay, dann möchte ich bitte gerne mal darüber meditieren. Welches spricht zu euch, Dovakin? Fuß, Falm oder Joll? Okay, Falm hatten wir schon. Fuß. In eurer Sprache wird es Kraft genannt. Doch so wie ihr der Welt einen Stoß gebt, so gibt die Welt den Stoß zurück. Denkt daran, wie Kraft ohne Anstrengung angewandt werden kann. Stellt euch ein bloßes Flüstern vor, dass alles, was ihm im Weg steht, zur Seite stößt. Das ist Fuß. Lasst euch von seiner Bedeutung erfüllen. Zoom, Arg, Mora. Ihr werdet der Welt einen stärkeren Stoß geben, als sie zurückgibt. Aha. Bringt es hierher zur... Nein. Dann, ihr werdet sie sehen. Wut, Fagon. Die erste... Sie waren mächtig zu ihrer Zeit. So. Das... Welches spricht zu euch, Dovakin? Fuß, Falm oder Joll? Äh, jetzt im Moment gerade Joll. In eurer Sprache... Nein. Denkt daran, das ist Fuß. Lasst euch von seiner... Welches spricht zu euch, Dovakin? In eurer Sprache bedeutet das Wort einfach Feuer. Veränderung, der eine Form gegeben wurde. Macht in ihrer ursprünglichsten Gestalt. Das ist die wahre Bedeutung von Joll. Jolliak. Macht. Ihr habt sie, so wie alle doof. Aber die Macht ist untätig ohne Handlung und Wahl. Denkt darüber nach, während sich das Feuer in eurem Zoom, eurem Atem, aufbaut. Zoom Arc Mora. Was werdet ihr verbrennen? Was verschonen? Okay, das Wartepang... Bring, Dremiolog, seid gegrüßt. Ähm... Zurück. Das Sprecht bringt es hierher zurück. Zur Tid-Ahran. Dann... Ja, ja, ist ja recht. Verschwinde. Nichts ist bei solchen Dingen... So. Kann ich denn jetzt eigentlich bei Magie... Ähm... Tja, da fehlen noch zwei Fragmente. Da fehlen auch noch zwei Fragmente. Da fehlen auch noch zwei Fragmente. So. So. Da fehlen eigentlich auch noch zwei. Ah, die haben... Okay, okay, okay. Die haben verschiedene... Die haben verschiedene Aufladezeiten. Hier oben gibt es jetzt sonst gerade nichts mehr. So weit, wie ich das sehen kann. Zumindest. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter nach oben. Weiß ich kann. Vielleicht hat es ganz oben ja auch noch irgendwas. Wobei ich da jetzt nicht so sonderlich überzeugt davon bin. Okay, ich glaube, hier ist meine Reise nach oben dann auch gleich zu Ende. Obwohl... Na, man kommt... Man kommt scheinbar noch ganz... Na... Na, man kommt tatsächlich ganz nach oben. Oder zumindest fast ganz nach oben. Lydia bleibt natürlich unten. So, da habe ich jetzt mehrere Questmarker auf der Karte. Da ist einer optional, sprich mit S-Bahn. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Und der zweite, sprich mit Arngayer. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch wieder nach unten. Der Nebel hat sich jetzt scheinbar standardmäßig verzogen. So, wie es aussieht zumindest mal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zurück und reden mal mit Arngayer. Um dann mit S-Bahn zu reden. Um uns einfach mal anzuhören, was denn die beiden dazu sagen. Und zwar zum einen, dass der Meister der Graubärte ein Drache ist. Der auch mir freundlich gesonnen ist. Der Alduin genauso aufhalten möchte wie ich. Was hat mir denn da jetzt wehgetan? Ach, ist wieder Nebel. Äh, habe ich noch einen richtigen Schrei ausgerüstet? So, jetzt wieder. Und... Da ging es lang. Es gibt also dann keine neuen Eisgeister. Finde ich schon mal ganz gut. Und ich bin jetzt gerade im Überlegen, aber ich glaube, mit diesem Feueratem gegen die Drachen anzutreten, ist wahrscheinlich, äh, relativ sinnvoll. Äh, relativ sinnlos. Nicht relativ sinnvoll, relativ sinnlos. Ähm, mit dem Wolkenlosen Himmel dürfte sie wahrscheinlich auch nicht treffen können. Da vorne ist das ein neuer Eisgeist. Äh, der ist immer noch der alte Tote. Äh, der ist immer noch der alte Tote. Wozu ich ja dann eben diese alte Schriftrolle brauche, die mich dann eventuell in der Zeit zu dem Punkt zurück teleportieren kann. In der dann eben Aldrin, naja, vielleicht nicht besiegt, aber zumindest mal geschlagen wurde. So, schreit, lad ich wieder auf. So, und da sind wir wieder zurück bei den Graubärten, die sich natürlich wieder nach drinnen verkrümelt haben. Ähm, wo es wahrscheinlich relativ warm sein dürfte. Gehen wir halt einfach mal wieder rein und sprechen mal mit Arngeier. So, da sind wir drin. Arngeier, wo bist du? Wo bist du? Ah, du stehst da vorne. Ah, ne. Das ist wahrscheinlich der Weg zu Espern, jawohl. Ähm, was? Arngeier ist hier. Okay, das ist Bori. Äh, Arngeier. Du Bori. Du Wacken. Ja. Ähm. Hoppala. Entschuldigung. So, also hier ist Arngeier auch nicht. Ist er vielleicht drüben in seinen Gemächern? Oder in den Gemächern? Und noch eine Karte. Äh, war ich da nicht gerade eben schon? Also einmal hier hoch. Und dann da lang, ne? Ja. Da ist Bori. Aber wo ist Arngeier? Ach, muss ich dazu in den Innenhof? Ah, tatsächlich da. Wie konnte ich den übersehen? Ich kam doch von da oben runter. Und da stand er gerade eben nicht. Aber, äh, du Arngeier. Ihr habt also mit Pathonats gesprochen. Das Drachenblut brennt hell in euch. Hat er euch erzählt, was ihr wissen wolltet? Hat er euch den Drachenfallschrei beigebracht? Äh, nein. Aber hat er gesagt, wie ich es herausfinden könnte, wie man ihn eventuell lernen könnte? Dann sei es so. Wenn er der Meinung ist, dass ihr das lernen müsst, dann beugen wir uns seiner Weisheit. Ja, und dazu brauche ich allerdings die Schriftrolle der Alten. Hast du denn eine Ahnung, wo die ist? Wir haben uns nie selbst mit den Schriftrollen beschäftigt. Die Götter selbst würden berechtigterweise davor zurückschrecken, sich an solchen Dingen zu schaffen zu machen. Wo ihr sie finden könnt? Solche Gotteslästerungen gehörten schon immer zum Tagesgeschäft der Magier von Winterfeste. Vielleicht können sie euch etwas über die Schriftrolle der Alten erzählen, die ihr sucht. Okay, das habe ich gerade ja gerade eben schon mal gefragt. Solche Gotteslästerungen geht mit eurer Frage zur Akademie von Winterfeste. Vielleicht kann euch da geholfen werden. Okay, gut. Möge der Himmel euch leiten. Werde ich tun. Haben wir jetzt eigentlich dann noch optional, sprich mit Esbern. Oder optional, sprich mit Angai. Okay. Gut. Dann. Na, Weltkarte bitte. Ähm, wo ist sie denn? Tempel der Himmel ist zur Flucht. Da möchte ich jetzt gerne erstmal hin. Um dort ein bisschen mit Esbern zu plaudern. So. Äh, Esbern. Ne, ich möchte ja nicht raus. Ich möchte ja mit Esbern reden. Ich bin mal gespannt, was der zu sagen hat. Typ. So, Esbern mein Freund. Du sitzt doch bestimmt noch da vorne am Tisch. Nein, aber ihr habt euch hier heimelig gemacht, ne? Papierrolle Das lag nämlich alles vorher noch nicht da 20.000 Bücher Oh, die Transsprache, der Entzauber der Mythos Lesen wir doch gleich mal Und zwar von Hela dreifach bewandert Ah, ja Die Sprache der Drachen interessiert uns ja sehr Allerdings scheint uns das Buch jetzt nicht so super viel zu helfen Was ist das? Remanada? Kapitel 1, ach, ist wahrscheinlich Ach Äh, von Reman Ja Lesen wir uns nicht weiter durch, weil es scheint nicht allzu ergiebig zu sein Haben wir dann einen Haufen Futter auf dem Tisch Ja, das hat ja nicht lange gedauert, bis sie sich hier heimisch gemacht haben Vielleicht mal ein bisschen abgeräumt Die Frage, wo sind denn die zwei? Ach, hier war ich auch noch nicht drin, ne? Doch, 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 doch Hier waren wir schon Geschwetter klingen Dann nehmen wir doch mal eins mit Weil Nämlich Drachenfluch würde ich dann Eigentlich Es ist schon halb aufgebraucht Deswegen nehme ich mal das Schwert der Klingen wieder her Ähm, das macht nämlich fast so viel Schaden Wie der Elfenstreitkolben Aber Wiegt deutlich weniger So, hallo, ist hier keiner zu Hause? Hallo, Leute Ich bin wieder da Interessiert euch ja aber scheinbar überhaupt nicht